Weil da haben wir alles und wir werden jetzt... Also keinen von diesen Gängen mehr. Nee. Ja, bitte. Was hast du denn? Das ist doof. Ich lasse es jetzt mal. Ich brauche noch einmal durch der... Ah, der kann nicht. Ah, das ist ja. Ich bin sehr weit gekommen. Bitte. Nein. Okay. Corporate Action. Wo ging es da unten lang? Da waren wir noch nicht. Da wurden wir angewiesen zurück. Also willst du nicht schalten? Nein. Oh, zwei Minuten stand ja noch nicht da. Ich sehe nicht mehr nicht. Wie funktioniert der Kortong wie? Ist das in den anderen? Ja. 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 Ja, wo sind wir auf jeden Fall richtig? Nein, ich könnte gar nichts. Das ist gut, Alter. Das ist die Tarnung mit den Dingen. Wir haben jetzt überlaufen, dann entdecken sie dich ja nicht. Ich werde zu spät. Das ist ja eigentlich die Chance. Also, jetzt ist es auch noch gut. Okay, unten am unten langland. Und dann... Welche? Die rechten. Ja? Ja, ich glaube schon. Ich wollte jetzt sagen, du fällst bei den Kisten. Das ist ein Ratsch. Das ist ein Ratsch. Das ist ein Karton. Das hat sich aus der Tür schiebt. Das ist sehr unauffällig. Ich finde es gut, wie detailreich so ein Snack damals schon gekriegt. Das ist ein Ratsch. Das ist ein Ratsch. Das ist eine Ratsch. Nö, eigentlich nicht, aber... Ich würde mal schauen. Genau. Nö, nö, nö. Ist da eigentlich. Haben die jetzt hier nicht der Gastron? Ach ja, ne? Ja, ja. Du, Kremoschlar, wie noch Big Boss. Ist wohl gedacht, ja, du kannst uns austricksen. Ich hab doch jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe vergessen, dass sie sagen, dass sie das nicht sterben kann. Wo sind wir jetzt lang? Da rechts, ne? Ja, genau. Bei dem anderen, wo man diesen Schock die Rakete entdeckt. Richtig. Genau, hier haben wir die Walzer. Mit dem Ding, wo wir noch mal zusammen. Ja, genau. Und alle. Die laufen ja schneller als normal. Ja, dann merkt man. Echt? Ja, natürlich. Das ist doch cool. Deswegen bewege ich mich jetzt, denn es ist viel flotter. Ah, jetzt noch die Sterne gemacht. Ja, mach was hier. Ich hab schon gerade angeliefert. Ich merke übrigens, meine Bilanz ist nicht so toll, ne? Das war, äh, Sterne. Oh. Nein. Ich hab schon wieder den ganzen Dinglauch. Wir speichern da zwischendurch noch mal, ne? Oder auch nicht, ne? Wer hat das? Wow. Kann ich mal gucken, was der Durchschnitt ist an Teil? Was war der Durchschnitt? Was ist das? Ja, das war der Durchschnitt. Judas tut das. METALGEAR! METALGEAR! Wo musste ich denn lang? Außer rechts, oder? Wäre auch ein bisschen gekocht, aber... Äh, ich kam und nicht kam. Dann dann mit der Tür und mit der Runden, genau. Ha! Du es! Wollte ich mal einen Karton machen? Wollte ich mal runter. Sie wird vielleicht schon mal speichern. Die laufen über dich, ne? Geh mal ganz runter. Ja. So. Klar, das war klar. Jetzt laufen! Ja, knapp, jetzt fangen wir. Gut. Da unten? Äh, ja. Da. Und dann müssen wir ja da... Ne, links, ne? Genau, links müssen wir. Ja, genau. Da hängt es. Ich glaube, du hast gerade rechts, da hast du es falsch. Ne, wir müssen links. Genau, da kommt jetzt ein kleiner Gasthorn. Jetzt könntest du es schon mal speichern, ne? Oder im Gasthorn, vorm Gasthorn, sowieso. Wie normalerweise dann hier laufen müssen. Wie langsache! Wie langsache! Und jetzt kann ich mehr. Wenn ich es ein Stückchen geschafft. Ja. Löschen. Ah, die Lebensschleißer ist bestimmt, das nehme ich mal an, nur zur Hälfte voll, weil wir das bestimmt noch verbessern können. Genau. Sonst verstehe ich. Du musst neues erzählen. Schön, aber. Vergiss mich! Nicht über die falschen Wege laufen! Baba. Du nervst Baba. Eigentlich ein Niederschlag im Körper. Oh, kannst du auch mal wegbekommen? Oh nein, du bist so sauer. Stopp! Das war mein Bestand! Ach nee, das war mein Fehler. Willst du hier schon mal speichern? Nee, jetzt ganz ehrlich, weil hier ist doch dieser Raum, ne? Das ist doch so. Ja, ja. Sehr schön. Wir spielen die ganz, ganz sichere Variante. Jeden Raum abspeichern. Wie mehr ist? 34 Minuten? Nee. Oder? Wir haben ja noch ein bisschen geredet. Nee, aber kein Wissen. Dann speichert's bestimmt nur das, was wir... Wichtig ist. Was wichtig ist? Nein, was speichert's? Na ja, was wir gespielt haben, tatsächlich. Also nicht die Nerven, oder was wir einfach vorankommen haben. Ja. Hm, hm. Okay. Dann haben wir noch vielerhalb Strom gespielt vor uns. Ja, das ist doch gut. Na, lass mal zurück. Okay, sehr gut. Sehr gut. Was? Fertig ist nicht gerade drüben? Ja, das verwirrt mich jetzt nicht. Lass die KI aus dem Spiel. Ha, 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 ha. Nee, das war halt. Ha, 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 ha. Kann ich aber so gut auch schießen? Na gut. Gut. Markus. Wir müssen hoch. Also nicht runter oder so, sondern richtig hoch. Alter. Wesens reicht ein Schuss. Wir müssen hoch. Was ist denn jetzt da? Sehr gut. Nein. Ey, du verballerst unsere ganze Munition. Warum nicht stirbst du? Naja. Du Arsch. Aber gut gespastet hast du. Oh, nee, ey. Du hast gespeichert. Ich lade das jetzt. Das kannst du ja machen. Nur du kannst bestimmt nicht die automatischen Speicher machen. Ähm. Alter. Wir haben noch 30 Schuss gehabt. Und wenig Munition gibts ja auch nicht. Ist alles cool gewesen. Du brauchst nicht dein Ernst. Junge. Dann gibt es nur automatische Speicherpunkte. Also nicht. Oder was? Ja, warum heißt denn das dann Spiel speichern? Das ist doch rot. Was? Ja. Oh. Na ja. Keine Ahnung. Das ist halt Kaffe. Der Ernst ist mehr als rot. Ich habe absichtlich nicht dieses Wort von mir rum. Ne. Wo muss man hin? Links. Was ist das? Ah. Ah. Was ist das? Das ist mehr als rot. Kann ich ja nicht. Was ist das? Ehm. Ja. Ja. Alter, das ist doch fast so geil. Ja. Die Speichermechanik. Die Speichermechanik. Die Speichermechanik. Die Speichermechanik. Die Speichermechanik. Das ist das. Willst du dich gleich mal noch heilen? Vom Gasraum? Ja ja. Und dann kommen wir wieder mit dem Liebeswind. Und dann wird das hier irgendwie alles. Was wir hätten machen können. In den V-Stuhl. In dem Raum vorher noch mal reingehen können. Ja. Warum? Warum? Weil? Ja, weil es deine Speichermechanik hat. Ich glaube, die sind so ein bisschen Potschruppe halten. Wo müssen wir jetzt dann wegziehen? Ja, vielleicht machst du selbst. Was habe ich? Vielleicht? Ja. 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 Ich glaube, dieser Raum wird uns verfolgen. Ich würde mich heute mal aufpassen. Ich würde mich nicht sagen gerne mal aufpassen. Ich würde mich jetzt gerne mal aufpassen. Ja, ich würde mich gerne aufpassen. Bin ich bereit? Er wird nicht hier langer. Hast du da auch ausgetrieben? Alles klar, jetzt haben wir uns nicht mehr. Ach, was ist denn? Stimmt. Nein, das ist nicht mehr. Schlecht? Achso, ja, wenn wir... Wie jetzt? Dann musst du doch die Generalstunde draufschießen. Wo ist eigentlich Schneider, der Anführer? Ganz linken Stellen würdest du parallel zu den Stößen stößt. Entschuldigung. Ach, ich kann es lenken. Recht. Okay. Oh, boah, knapp. Okay. Denkraketen werden verwachen. Ich glaube, ob das jetzt so eine Rolle wird, muss ich auch ziehen und nicht. Ach komm schon, Baby. Du merasständig. Ach... Ah, hier! Ging ja an! Danke, dass du mir gehäubeln hast! Diane! Diane! Von Widerstand bietet ihre Unterstützung auf der Befens 2033 an! Diane sollte angemengeln, aber ich wollte schon mal die Befens. Steve? Sch... Schöne... Schöne Loppen, Schöne Loppen, Schöne Loppen! Wie war der? Frachtweigling! Geh weiter... Komm, ne, 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 ne... Na gut! Geht's offen so richtig! Von der Anruf, das ist schon... Genau! Von Biggiboss! Pit Boss! Oh, wir sind hier! Das war ein Kreisverlauf! Aber echt, ey, ne? Ne, wir müssen den Fahrstuhl nehmen! Der Fahrstuhl ist ja da oben, ne? Das nervt sich jetzt auch ein bisschen, ne? Ne... Ne, nur für die... Nur um dieses Gitternetz auszuschalten! Was für ein Arschkampf ist das denn? Komm, weg mich auf! Mann! So... 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 Ja doch... Ja, aber... Ja doch... Ich gucke mich an! Jetzt auch mal leiser! Mein Kollege ist weg, da steht hier sein Topcourt drauf! Och! So... So... So, on the roof... ...is not cross the door! Was heißt, wir gehen erstmal hier? Nicht? So... Etage für Etage! Genau! Ah, jetzt mal wieder hier! Ja, da wollen wir noch nicht weiter, also... Ja, das Ding ist, hier kam ja dann dieser Alarm, ne? Ja, dann geh aber nicht unten lang, wie vorhin, sondern dann geh links lang! Wie denn? Also, wie soll ich denn da an der Kamera vorbeikommen? Oh... Na, ich hab ne Theorie! Na, ich hab ne Theorie! Geh mal rein, nur in den Raum rein, aber du beweg dich nicht! Und die Theorie... Boah, das ist noch eine Theorie! Das... Das, äh... So, genau! Dass die roten Dinger Bewegungsmänner sind! Das ist ne gute Idee! Ich erkunde mal! Ich bin ein Erkundungskotter! So... Schlieb sie, ey! Ja, noch was anderes trillig! Ja. Okay. Locker. Also hier gehen wir noch nicht hin. Verbrauchungsstufe oder irgendwas. Da sind wir uns einig. Dann eine Etage. Tiefer. Du darfst jetzt nur mit so wenig Leben. Vielleicht kriegen wir ja noch. Aber das speichert doch eh hier. Das ist doch egal. Das ist ja so ein Paket. Ja. Das ist ja so ein Paket verschüttelt in der Sendung. Ja, ja. Ja. Oh, oh. Sehr gut. Das ist mit wie von Fort. So. Wir wurden in einer Geheimzelle gefangen. Gut. Das ist eigentlich ganz cool die Gefangenzlufe. Und wir haben Karte. Wir haben volles Leben. Na ja, mehr. Ja. Also. Komm. Glas 2. Und unten. Ha. Okay. Würde ich schon. Wollen wir hier schon noch? Gut. afforden. Unten. Nicht nur die Gefangenzlufe. Bah. Ja. Ja. Oh, da sind Schaden gemacht. Oh, das ist jetzt ein Schaden. Ist gleiche Kanto. Oh. Was ist – vielleicht? Jaaa... Wahnsinn... Metal Gear! Was ist das? Oh Mann ey, Hallöchen, Upp, Hallöchen... Die eure Grasur nehmen wir sie... Äh, äh ganz so... Die sich gefangen nehmen zu lassen? Ok, mach... Warum sagst du, kann man gar nicht? Nee, ja doch, kann man aber... Och komm schon... Und langsam ist auch mal genug. Äh, unten ging's ja nicht weiter dort. Ach so. Du. Du. Na komm. Na komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So weit. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, hier sieht alles gleich aus. Oh nein. Aber wieso auch gleich kommt? Wie eine Geiger. Komm schon. Junge. Das ist ja nicht so doof, Alter. 16 Schuss nochmal, Markus. Merkst du, was da... Was da diese Kastik besorgt? Was? Jetzt sind wir auf der anderen Seite von... Ah! Arvin, lass uns mal gehen, ne? Sehr gut. Sehr gut. Äh, wollen wir mal an der Stelle Pause? Den anderen wollen wir, oder? Ja, wir halten das vor. Gerne machen. Hier spricht Big Boss. Hier spricht Big Boss. Infiltration abgeschlossen. Finden Sie die Zelle, in der Grand Fox festgehalten wird. Prüfen Sie auch die Wände. Ende. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh... Okay, wir haben nichts mehr. Jetzt machen wir mal an der Stelle... Pause! Cool. Äh, naja. Ähm... Es geht. Also... Ja... Ja... Man erfährt... Kaum was über die Story. Wir sind da, aus welchem Grund auch immer... Ja, und Gray Fox. Ja, ich weiß... Ich weiß... Wir wissen... Hätte ich das als erstes mit Metal Gear gespielt... Hätte ich nicht gewusst, wer ich bin... Außer meinen Namen halt, also keine Hintergründe... Ich hätte nicht gewusst, was Big Boss ist... Und was ich da mache. Na gut, aber so ging es ja den anderen dann immer. Ja... Stimmt, ja. Äh... Na gut. Viel war es nicht. Aber mir hat es gefallen. Ja. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Ich kann mich damit arrangieren, dass wir jetzt so ein Spiel spielen. Ich auch. Ich meine, es ist ja auch nicht von Dauer. Es ist ja... Es hat ja auch nur den Umfang so von... äh... äh... Ground Zeroes, ne? Vielleicht ein bisschen länger durch unsere Spielweise. Aber so. Ist ja auch egal. Also... Es ist okay. Ähm... Ich will mich auch nicht zu sehr einnehmen lassen von einfach unserer Spielegeneration. Und ich würde sogar mal sagen, äh... 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 Storymäßig noch mehr. Äh... Eine kurze Anmerkung. Wir sind jetzt, da wir uns gefangen haben nehmen lassen, nicht mehr auf den anderen beiden Etagen gewesen. Von dem Vorstuhl. Ne, aber wir wissen ja, wo was ist. Achso, na gut. Na doch, wir waren auf... Der unteren im... 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 im Back. Also im... Was könnte B heißen? Im Keller. Ja, es ist bestimmt der Keller, weil ein Roof ist es da, wo ein B... Ja, schon klar, schon klar. Aber... Boden. Na gut. Äh... Mehr von diesem netten kleinen Spiel und uns in der zweiten Folge von... Oh ja, echt? Und uns auch? Metal Gear. Okay. Tschüss. Tschüss.